So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Durch den Abverkauf in den letzten Handelsstunden bei den US-Indizes hat sich die Chance deutlich erhöht, die Korrekturzonen bzw. die Kaufzonen im S&P 500 Index sowie auch im DAX eben zu erreichen. Das war ja am Wochenende der Wochenendanalyse nach meinem Urlaub im Prinzip die Hauptaussage, dass man hier in diesem Bereich knapp über der 2000-Punkte-Marke ein schönes Kauflevel erreichen wird, oder höchstwahrscheinlich erreichen wird, um dann eben über diesen Trendkanal-Oberkante eben noch auszubrechen. Die Muster würden es auf jeden Fall hergeben, dass eben auch hier die Gewinnmitnahmen enden könnten und eben neue Kaufaufträge da sind und eben durch ein neues Hoch wird höchstwahrscheinlich hier der Trendkanal dann eben gebrochen. Ob jetzt nur temporär für ein neues Hoch oder dann doch für einen kompletten Ausbruch über neue Allzeithochs muss man eben noch sehen. Also für mich wäre jetzt erstmal nur präferiert hier ein neues Hoch an die knapp über der 2100-Punkte-Marke im S&P 500 Index. Im DAX gab es ja gestern nach dem Gap Close einen Short Squeeze, der aber eben hier in dem Gap endete beziehungsweise eben auch an dem EMA 38 im Tageschart. Hier wäre für mich weiterhin ein Befreiungsschlag möglich, wenn der DAX über 9800 Punkte ansteigen sollte, aber eben auch auf Schlusskursbasis dieses Level halten kann. Dann wäre hier wieder ein schönes Heranlaufen an den EMA 200 eben denkbar. Gleichzeitig liegt hier eben auch noch so ein Wochenwiderstand. Allerdings wäre es eben zunächst schön, wenn er jetzt hier in diesem Bereich, der noch nicht ganz definiert ist, allerdings eben definitiv über der 9245er Marke eben enden sollte hier die Korrektur. Ob es jetzt in dieser Woche schon hier reinfallen soll, kann, ja, oder auch nächste Woche. Aber im Prinzip die präferierte Richtung wäre jetzt hier erstmal Richtung eben 9,4, solange er eben unter dem EMA 38 sowieso bleibt und unter 9800 Punkte. Im Stundenchart, ja, sah man gestern eben ein Heranlaufen an den EMA 200, eben hier im Xetra und aktuell, ja, kämpft er hier jetzt oder bricht unter dem, der, den Rainbow-Unterkante durch, genauso wie unter der Wolken-Unterkante. Allerdings kann sich eben hier direkt an der, ja, oder Horizontalwiderstand konnte sich der Abverkauf erst mal erledigen. Also hier warte ich einfach mal noch ab. Gold und Silber waren ja sozusagen, oder Silber legt ja ein Raketenstart hin in dieser Woche. Gold kann dem folgen, zwar nicht ganz so explosiv, aber dennoch hier ist ja das Setup weiterhin intakt, wird es nicht in die zweite Kaufzone eingedrungen. Allerdings hier an dem ersten Kauflimit liegt man deutlich im Plus. Hier könnte man den Stopp schon deutlich anheben, eigentlich auf das letzte Low. Sollte sich jetzt hier, also Gewinnmitnahmen könnte man tätigen, allerdings muss, geben die Muster eben auch hier noch ein neues Hoch her. Und da man ja nur mit einer ersten Position drin ist, ist, ja, wäre schon denkbar, die eben noch mal zu teilen, aber hier ist es eigentlich erst mal alles recht bullisch weiterhin. Im Silber hat man heute hier die 16 US-Dollar-Marke genommen. Ich habe jetzt hier mal einen Wochenchart umgeschalten. Da liegt hier ein Wochenwiderstand. Da ist jetzt jedes Mal auch abgeprallt. Im Wochenverlauf mal hier drüber gleicht. Also sollte hier über 16.15 Silber schließen, dann wäre definitiv ein Anstieg bis 16.80 denkbar. Oder eben einen kompletten, ja, kompletten Run. Also wenn man jetzt hier diesen Chart eben im Wochenchart anschaut, ist hier einiges möglich. Also wenn das dann mal wirklich ins Laufen kommt, ja, sind Shop-Positionen meist dann tödlich. Aber noch muss eben hier die Bodenbildung eben komplett abgeschlossen sein. Und dann ist es auch, dann springen auch sicherlich andere Marktteilnehmer eben auf, die eben langfristig interessiert sind und nach und nach sich dann einkaufen wollen, wie jetzt France oder, ja, größere Marktteilnehmer. Zum S&P hatten, habe ich ja schon gesagt, hier liegen die Futures leicht im Minus. Noch nicht wirklich aussagekräftig, dass jetzt hier das weitergehen kann, aber die Kerze zeugt definitiv Kraft der Bären. Zum, ja, Euro-US-Dollar kürz war es noch. Hier dringt er jetzt in die größere Widerstandszone ein. Schwer zu sagen, ob jetzt hier wirklich ein Ausbruch erfolgt oder nicht. Da bleibe ich jetzt auch noch fern. Allerdings mit dem Blick eben auf den DAX und die US-Indizes wäre eben auch ein, ja, kürzer Spike möglich. Eben ein Abverkauf im DAX und dann wieder nach unten. Also soll sich hier im Tageschart noch eine eindeutige Umkehrkürze auch oberhalb der 1,15er ergeben, werde ich spekulativ eine Short-Position eröffnen. Aber hier ist aktuell, ja, hält sich eher die Waage. Zur RWE konnte sich erst mal positiv heute entwickeln. Für mich ist wirklich auch, auch wenn jetzt hier vielleicht fundamental einiges nicht stimmt, aber hier eine schöne Bodenbildung, Formation möglich und mit einem Ausbruch über diesem Dreieck dann ein Monster-Kaufsignal denkbar. Aber da ich eben auch sehr gerne eben weiter unten, also bevor der richtige Ausbruch stattfindet, mich gerne einkaufe, ist hier schon noch eine Position, sowieso jetzt schon denkbar eine Long-Position und aber eben in Bezug auf den DAX, ja, kann es hier sich auch einen kleinen Fehlausbruch, aber wenn RWE sich eben über der Wolkenoberkante, Rainbow-Oberkante halten kann, trotz, ja, kleinem Einbruch im DAX, ist das sehr, ein sehr bullisches Zeichen dann. Zum Nasdaq noch ein Wort. Hier sollte sich jetzt der Nasdaq heute unter der 4.450er Marke eben absetzen und dann einen womöglichen schnellen Abverkauf Richtung 4.390 dann hinlegen. Und dann eben auch ein neues Hoch, beziehungsweise hier noch das komplette Gap, ein Gap Close eben dann stattfinden. Am Nachmittag werde ich jetzt noch näher die Forex-Werkte screenen und dann eben dort ein Setup vorschlagen. Danke fürs Zuhören. Bis später.